Hi Leute, ich bin's hier, eure Becky, und wir zocken heute zusammen Masha, Barry, Prison Run. Ja, ihr seht und hört richtig. Oh mein Gott, wenn das nicht crazy aussieht, dann weiß ich auch nicht. Aber ich muss das unbedingt mit euch zusammen zocken. Mal gucken, ob der Bär auch am Start ist. Und ja, lasst unbedingt Daumen nach oben, da will ich mehr von solchen Obbys ausprobieren sollen, generell Obbys. Und schreibt gerne Vorschläge unten in die Kommentare. Und ja, wenn ihr neulich seid, lasst gerne ein Abo da. Und ich würde sagen, let's go. Okay, das sieht schön aus. Leute, da ist sogar eine Kirschblüte dabei. Oh mein Gott, ich habe Angst vor Masha. Barry ist einfach Masha geworden. Aber was ist mit deinem Shirt los, Masha? Ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal. Es ist hier alles voll mit Herzen und Rosa. Okay, einfach, erste Person aus, let's go. Ich bin jetzt hier im Knast von Masha, aber man kann sogar als der Bär spielen. Warte, wie viel kostet das? Hallo? Wie viel kostet das? Leute, lasst mal unbedingt ein Bär in den Kommentaren, damit ich auch noch als Bär spielen soll. Das wäre so cool. Masha versus der Bär. Masha, was machst du da? Aber das sieht so schön pink aus. Und die Bäume. Wow, wie toll. Obwohl, kann ich nicht hier im Knast bleiben? Es ist eigentlich echt schön hier. Es ist rosa und voller Herzen. Das ist voll meine Ästhetik. Ich würde sagen, wir legen mal los. Übrigens, ich habe jetzt wieder einfach ausgewählt halt. Aber ich weiß nicht, schaffe ich schwer, Leute? Ihr könnt mich doch mittlerweile einschätzen, oder? Ja, sogar hier ist es so leicht rosa. Schaffe ich schwer, oder meint ihr das? Nee, das packst du nicht, Becky. Sei ehrlich. Wen gibt es hier? Ein Mario? Patrick! Ich liebe Patrick! Oh, man kann sogar alle von den Rainbow Friends Monstern sein. What the heck? Und hier sind so viele Bacons. Wow, wie sieht die Obby denn aus? Die hier ist diesmal wirklich anders. Oh, mein Gott, Leute, macht doch Platz hier. Sorry, das ist so leicht. Oh, mein Gott, das ist wirklich diesmal anders. Äh, wie komme ich rüber? Okay, so. Okay. Wie sieht das hier denn aus? Komme ich da hoch? Oh, mein Gott, nein. Was hast du nicht? Und jetzt schon? Was ist das für eine Obby? Die ist wirklich diesmal krank anders. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Fall nicht, Becky. Sonst kracht die Brücke ein. Okay, jetzt hier hoch. Nun müssen wir hier die Leiter hoch. Oh, die haben so viele Figuren. Oh, mein Gott. Die haben sogar das Ding hier von Poppy Playtime. Wofür auch immer, aber egal. Wie cool. Okay, hier müssen wir wieder draufdrücken. Das ist so wie bei den anderen Berry-Obbies. Äh, sie wusste das, glaube ich, nicht. Aber Hauptsache, die Stacheln unten sind rosa. Okay. Ah! Ich habe Angst. Aber ich werde langsam besser, Leute. Okay, jetzt müssen wir diesmal da. War, glaube ich. Ah, ja, geschafft. Okay. Jetzt müssen wir hier und runter geht's. Ab zum... Oh, da ist ja eine ganze Armee. Ich dachte, wir kommen jetzt zum Badezimmer, aber anscheinend nicht. Oh, der ist spooky, der Kopflose. Schaffen wir das ohne? Ist sie schnell? Oh, mein Gott. Sie ist wirklich schnell. Oh, das muss ich verstecken. Ah, das ist Mogeln. Das ist Mogeln. Alter, das war ein Bug. Das war ein Bug. Ah! Wasser! Wasser! Ich habe Wax von Mascha. Ich muss ganz schnell drücken. Ja, okay. Ich habe es geschafft. Ah! Mascha, bitte nicht! Bitte nicht! Mascha, bitte nicht! Aber hier kommen Kirschblüten runter. Oh, Luigi ist im Knast. Hulk ist im Knast. Ah, was ist das denn? Okay. Oh! Oh! Oh, das war knapp. Äh, Alter, was wird mit Barry gemacht? Sie hat Barry... Oh, mein Gott. Ich mache mir mehr Angst als Barry. Was hat sie mit Barry gemacht? Okay, hier oben haben wir sogar eine Überwachungskamera. Okay, diese Obby ist heftig gemacht. Ich mag es, ob das ein bisschen anders ist und die... Oh, nein! Oh, nein! So, weil das meiste ist einfach nur kopiert und gleich, aber das ist anders. Das ist nice. Das lohnt sich auf jeden Fall, glaube ich, zu spielen. Aber ich weiß nicht, was noch kommt. Okay, jetzt kommt das Badezimmer, oder? Oder bin ich jetzt blöd? Äh, wo sind wir? Hallo? Ah, jetzt! Oh, mein Gott, hier sind Geschenke. Ähm, uh, was haben wir hier denn alles? Äh, Barry als Ronald McDonald? Äh, Spongebob... Ih, er ist... Er ist ugly. Nee, da fand ich Patrick viel süßer. Okay, machen wir mal hier die Toilette auf, um mal rein zu gucken. Äh, hier sind nur Geschenke. Mascha, ich will keine Geschenke von dir. Das stinkende Toilette. Okay, hier müssen wir buddeln. Und hier? Wieder nur Geschenke. Keine Ahnung, warum da Geschenke sind. Aber jetzt wird gebuddelt wie bei Minecraft. Tack, 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 tack. Wir müssen jetzt kommen. Uh, also abgesehen von der Toilette hier. Oh, Pikachu. Okay, äh, was es nicht alles gibt. Wir haben hier Blubbles. Ich liebe Blubbles. Oh mein Gott. Alles so schön hier. Ah. Alter, es war knapp. Ui, 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 ui. Schaffst du? Ach, geschafft. Okay. Aber ich liebe diese Blubbles, Mann. Die sind so cute. Ich glaube jetzt... Ja, jetzt müssen wir hier rüber und dann darüber. Und dann... Ich bin immer so nervös. Seien Sie vorsichtig mit diesem Schleim. Okay, wir dürfen nicht an den Schleim rankommen. Nicht an Wasch... Ich bin doch eigentlich dagegen gekommen. Mann, Waschler. Du Skärber. Ich bin nicht an Waschers Schleim gekommen. Okay, hier haben wir auch wieder diesen gruseligen Kopf. Und hier müssen wir rüberspringen. Ah. Oh mein Gott. Was war das denn? Ah. Oha. Ganz knapp. Ganz knapp. Ah. Oh, ich hab's geschafft. Jetzt müssen wir uns vereint. Alter, ich bin so nervös immer bei Obis. Warum tut ihr mir das an, Leute? Ihr sagtet auch so, Becky, spiel mal wie der Tower of Hell. Ich bin schlecht. Ich bin einfach schlecht. Also ich werd langsam ein bisschen besser, aber es reicht, glaub ich, noch nicht aus, um zu sagen, dass ich gut bin. Ich bin und bleibe ein Muck. Ich heiße nicht ohne Grund so. Okay, wir krabbeln jetzt hier hoch und jetzt bin ich gespannt, was gleich kommt. Beat Cola gibt dir mehr Geschwindigkeit. Okay, brauchen wir das? Ah, der Bär ist hier. Der Bär, der Bär, der Bär, der Bär. Der Bär, der Bär, der Bär. Oh mein Gott. Ich will das auch kaufen. Ich drück schon kaufen und es geht nicht. Okay, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das schaffen? Ja, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, ich geh nur die Wand. Hilfe. Hilfe. Wo bin ich jetzt bei First Person? Aber es ist so viel einfacher ohne die Cola bei der Obby insgesamt so. Weil sonst bist du einfach zu schnell und du kannst es irgendwie nicht ausstellen. Keine Ahnung, oder? Ich bin zu blöd dafür. Oh mein Gott. Schaffe ich das? Ja. Okay. Und los geht jetzt. Mein favorite Part kommt jetzt. Nicht. Ich mag den Part nicht. Da bin ich richtig nervös, Mann. Uh, alles ist so schön rosa. Warte, guckt mir nicht unter den Rock. Ihr habt nichts gesehen. Ich habe jene Schauts an. Hier können wir uns aber eine Bloxy Cola holen. Es regnet sogar. Die feifen uns jetzt rein. Und jetzt? Wow. Los geht's. Oh mein Gott. Wie tun? Schaffe ich das? Drück mir die Daumen. Oh mein Gott. Das wird immer klapper. Ich darf nicht reden. Was ist das hier? Ich habe das nicht umgestellt. Ich kann das noch nicht. Ich kann das noch nicht. Warum wird das umgestellt? Ich hasse First Person Prime. Okay. Jetzt aber. Ich muss, glaube ich, ein bisschen noch mehr rauszoomen. Weil, das ist hier echt komisch gemacht. Oh mein Gott. Die ist abgestürzt. Oh mein Gott. Jetzt aber. Jetzt aber. Ja. Warum schläge ich? Den Part mag ich auch nicht. Aber wir sind langsam am Ende, ne? Ah ne. Das ist jetzt auch nicht so toll. Aber. Das danach, Leute. Die so. Oh, wieder. Mag ich auch nicht. So. Ich nehme jetzt hier meine wundervolle Leiter. Und ich hoffe, ich komme raus hier. Okay. Diesmal war es einfacher. So. Ähm. Wo ist das denn hier? Müssen wir es ein bisschen mehr so an die Seite packen. In real life wäre das doch einfacher. So vielleicht. Ja. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Okay. Oh mein Gott. Ah. Die sind alle da drin. Sogar Pennywise. Äh. Das schaffen wir. Locker. Oh mein Gott. Wie das aussieht. Was hat Masha getan? Sie ist die Schlimmste von allen. Hilfe. Sogar Mr. Biest ist da drin. Was macht sie am Ende mit mir wohl? Sie sieht süß aus, aber... Leute. Sie hat's faustdick hinter den Ohren. Okay. Das ist... Uah. Genauso wie bei dem anderen. Das haben die jetzt nicht unbedingt von der... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Jetzt muss ich sie aber hinbekommen. So. Oh mein Gott. Ah. Bitte nicht runterfallen. Ja. Oh Alter. Ich bin so am schwitzeln. Meine Hände sind so schwitzig. Okay. Jetzt müssen wir wieder die Ventile schließen. Ich glaube... Warte mal. Wir müssen doch erst runter, ne? War das so? Ich glaube schon, ne? Wohl. Das können wir erst mal eh betätigen. So. Einen haben wir schon mal. So. Jetzt gehen wir mal runter. Zack. Jetzt müssen wir... Moment. Hier rüber. So. Der ist jetzt aufgedreht. Oh. Ich hab Angst runterzufallen. Becky wünscht dir das nicht beim Universum. Jetzt wollen wir hier rüber und den letzten schließen. Hab ich irgendeinen vergessen? Nö, ne? Sind alle jetzt aus, weil ich höre irgendwie komische Geräusche. Ja. Was höre ich hier? Achso. Ne. Moment. Ich komme da gar nicht hoch. Ich muss hier lang. War das bei den anderen Barry-Spielen auch so? Okay. Jetzt hier rüber, aber. Da hoch. Hier rüber. Und dann rein. Ja. Wir haben es geschafft. Oh, ich freue mich schon auf den Bosskampf. Oh, ne. Das mag ich auch nicht. Oh, Leute. Es sind noch mehr. Hilfe. Was hat sie gemacht? Wie böse ist sie? Sie ist die Böseste von allen. Sogar Barry. Barry musste dran glauben, Leute. Ah. Ah. Aber zumindest macht das Spiel nicht. Also da wurde sich Mühe gegeben. Beim letzten Mal war das ja volle Katastrophe. So schlimm. Ich kriege Aggression. Was ist da? Warum ist das so schwer? Ja. Oh, mein Gott. Aber es geht noch weiter. Ah. Oh, mein Gott. Ah. Wir haben es geschafft. Oh, ich wusste nicht, dass es gerade noch weiter geht. Oh, ich hatte so Angst. Ich will das nicht tausend Mal machen. Hilfe. Ich will fliegen. Muss ich hier rüber? Ja. Okay. Zack. Geschafft. Ich habe so Angst. Okay. Wo sind wir hier? Oh, nein. Sie ist da mit der Falle. Sie will es mir mit der Falle geben. Okay. Schaffen wir das ohne Bloxy-Cola? Ich hoffe es. Oh, mein Gott. Die ist richtig schnell. Sie ist richtig schnell. Alter, ich brauche meine Essens-Suka. Oh, mein Gott. Sie kommt. Sie kommt. Sie kommt. Sie kommt. Hilfe. 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 Ihr nehmt. Ah. Wie soll ich sie besiegen? Ah. Wie soll ich sie besiegen, Alter? Sie ist so schnell. Ah. Sie hat mich. Sie hat mich. Sie hat mich. Ich kann irgendwie nicht laufen. Oh, mein Gott. Sie geht mir voll mit der Falle. Ich rufe gleich. Oh, mein Gott. Lauf, 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 lauf. Wir dürfen nicht rufen. Wir dürfen nicht rufen. Oh, mein Gott. Nein, 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 nein. Alter. Masha ist so gemein. Ihr meintet mal letztens, es gibt irgendwie so einen Bug oder so. Da bleibt sie dann hängen. Oh, mein Gott. Sie bleibt da igen. Nimm das, Masha. Gemüse. Du musst mehr Gemüse essen. Oh, eine Gemüse. Werkt gesund. Okay, wir schmeißen sie auch mit Burgern ab, aber die sollt ihr eh nicht essen. Also, ja, nimm das. Wir haben sie gleich. Sie bleibt zum Glück hängen. Oh, geuft. Ich hab nichts getan. Ich hab nichts getan. Das Ding brauchen wir nicht mehr und jetzt werden wir wieder weggeschossen hier. Wuii. Auf geht's. Oh, mein Gott. Hilfe, Hilfe. Ah. Äh, okay. Nicht mehr rumhüpfen. Alter, ich bin kein Flummi, Mann. Ich dachte gerade, ich müsste höher springen. Und ich hab einen Fehler gemacht, aber nein. Hier gibt's eine Leiter. Ausgang. Ja. Da wollen wir raus. Und jetzt, ja. Kommen wieder diese Laser. Das ist wieder gleich wie bei Barry. Alter, wir sind richtig schnell unterwegs hier. Waaah. Bitte nicht treffen. Bitte nicht treffen. Mein Gott. Ganz knapp. Ganz knapp. Schaffen wir das? Ja. Wir schaffen's. Wuii. Okay. Oh ne, jetzt kommt wieder der Teil. Ich mag den auch nicht. Ich mag den einfach nicht. Hoffen wir mal, wir kriegen das mit einem hin. Aber ansonsten nehm ich einfach alle. Ihr meintet ja, Becky, brauchst nur eins. Aber ihr wisst selber, ne? Ich lass das gerne hier reinfallen. Fragt nicht, wieso. Ja. Ehrlich, es gibt niemanden, der schlechter ist. So, jetzt. Kann ich das jetzt wieder nehmen? Ah doch, ich glaub, ich kann's nehmen, ne? Ne, ich kann's nicht nehmen, Leute. Nein. Okay, mal gucken, ob das jetzt so passt. Ja, okay. Dann holen wir die nächste. So. Ich weiß nicht, wie ihr das anstellt, aber ich kann das nicht so. Also, bei mir geht das nicht. Eure Idee, einfach nur eine zu nehmen. Oder geht das nur beim Originalen? Okay, das haben wir jetzt auch geschafft. Das war ganz knapp. Und jetzt holen wir noch die letzte. Oder vielleicht haben wir das geändert, weil einfach zu viele mogeln. So. Und bitte, Becky, mach jetzt keinen Mist hier. Wir brauchen keinen Ultra-Noob hier. Aber wenn das hier einfach ist, wie ist das schwer? Hast du das so? Ich kann das so schwer einschätzen. Okay. Wir haben es geschafft. Okay, jetzt kommt's zum Bossfight. Oh mein Gott. Sie hat ein rosa Roboter. Wie soll ich das denn schaffen? Okay, bleibt sie hängen? Oh, nice. Treffen wir sie? Ja. Oh. Ihr Roboter-Schrott. Jawohl. Ich hab Angst, mich zu bewegen. Weil vielleicht backt sie dann nicht mehr. Aber das ist ja easy. Wow. Hier, Masha. Dein Roboter funktioniert wohl nicht, wahr? Ich traue mich weiter ran. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was tut sie? Oh. Was hat sie hier mit den Polizeiautos gemacht? Masha, Paustick hinter den Ohren. Wer wusste, dass Masha so ein Benny ist? Oh mein Gott. Okay. Ich bin jetzt auf das Ende gespannt. Ist es genauso? Hier ist jetzt kein Haus oder so? Keine Masha noch. Yeah, und weg im Swords-Auto. Wir kommen auf den Gefängnis von Masha. Okay. Hier müssen wir schon aussteigen. Äh, kann das sein, dass wir noch voll das Stück laufen müssen? Was ist das denn? Erstmal noch durch die Wüste latschen hier nach dem ganzen anstrengenden Kampf und der ganzen Obby-Man. Okay. Dann gehen wir mal nach oben. Zack, 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 zack. Ja, das ist genauso wie bei Barry. Hoffentlich falle ich nicht wieder runter. Kein Bock drauf. Aber Masha wurde endlich besiegt. Boah. Hilfe. Hilfe. Ah, okay. Jetzt geht es wahrscheinlich ab zum Pinkenhub-Schrauber. Nein. Ich wurde enttäuscht. Mal, ich bleibe Pinkenhub-Schrauber. Oder einen Babyblau. Wäre auch nein. Los geht's. Wir haben Masha fertig gemacht. Wir sind enttäuscht. Was macht Chase hier? Was ist das? Arbeitet ihr für Masha oder was? Was macht ihr? Hä? Wo bin ich gelandet? Muss ich dann durchspringen? Äh, das hat hier überhaupt nichts gebracht. Lass mich mal gerne in die Kommentare wissen, wie ihr das hier fandet. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye. Bis zum nächsten Mal. Boah. Boah. イ. Boah. Boah.